Der englische, nordirische, schottische und walisische Fußballverband bilden den Fußball in Großbritannien. Obwohl diese vier britischen Landesteile keine internationale Anerkennung genießen, besitzen sie ihre eigene Fußballnationalmannschaft und dürfen als Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA an Fußball-Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Grund, warum das Vereinigte Königreich über keine offizielle Fußballnationalmannschaft verfügt, sondern in den vier britischen Landesteilen England, Schottland, Wales und Nordirland aufgeteilt ist, hat historische Gründe und ist sogar in den FIFA-Statuten verankert. Aber was wäre, wenn nicht nur England, Schottland, Wales und Nordirland sich als eigenständige Fußball-Nationen im Weltfußballverband FIFA etabliert hätten, sondern auch die britische Hauptstadt London? Ihr habt es euch gewünscht, was wäre, wenn London einen eigenen, von der FIFA anerkannten Fußballverband hätte? Beginnen wir wie immer mit den wesentlichsten Fakten über die Stadt London. London ist eine Metropolstadt in England und die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs Großspital in Nordirland. Mit einer Einwohnerzahl von 9 Millionen Menschen ist es sowohl die größte Stadt auf der Insel als auch die drittgrößte in Europa. Die Stadt liegt an der Thames in Südostengland und ist bekannt für einige Sehenswürdigkeiten wie den Buckingham Palace, die Tower Bridge oder der Big Ben. Die Metropolregion von der Stadt London heißt Greater London, auf Deutsch übersetzt Groß London und wird den Zuständigkeitsbereich des Londoner Fußballverbandes markieren. Somit hat der englische Fußballverband keine Macht mehr über die Stadt und darf weder in London gegründete Vereine, wenn englische Vereinswettbewerbe organisieren, noch in London geborene Spieler für die englische Fußball-Nationalmannschaft nominieren oder einsetzen. Auch wird der Hauptsitz der FA nicht in London, sondern entweder in Birmingham, Manchester oder einer anderen englischen Großstadt sein. Wie auch die Verbände von England, Nordirland, Stoddard und Rails wird auch der Londoner Fußballverband Mitglied im Internationalen Football Association Board, kurz IFAB, ein internationales Gremium, das Änderungen der Regeln im Fußball berät und beschließt. Wie erwähnt hat London eine Einwohnerzahl von insgesamt 8,9 Millionen Menschen und liege in Europa auf Platz 18 und weltweit auf Platz 95. Vergleichbare Länder wären von der Bevölkerung her Österreich und Honduras. Die Metropolregion von London hat eine Fläche von 1572 Quadratkilometern und wäre in Europa auf Platz 42 und weltweit auf Platz 183. Ähnlich große Länder von der Fläche her wären die Faroe-Inseln und Hongkong. Beenden wir jetzt die kleine Faktenrunde und konzentrieren wir uns jetzt auf den Londoner Fußball. Die Stadt London hatte aufgrund der Zugehörigkeit zum englischen Fußballverbandes noch nie eine offizielle Fußball-Nationalmannschaft und hat daher noch nie wirklich an einer von der UEFA organisierten Wettbewerb teilgenommen. Die einzige Ausnahme, wo man eine Londoner Auswahlmannschaft teilgenommen hat, war beim UEFA Regionepokal ein Wettbewerb für die Regionen im Amateurfußball. Nachdem London den FA Inter League Cup 2008 im Elfmeterschießen gegen Midland gewann, qualifizierte sich eine Londoner Auswahlmannschaft für den UEFA Regionepokal 2009, wo man jedoch bereits schon in der Gruppenphase ausschied. Zwischen 1944 bis 2019 existierte auch noch der FA County Youth Cup, ein englischer Wettbewerb, wo jeder Bezirksfußballverband eine Mannschaft aus Schul- oder Ligaspielern, die dem Bezirksverband angeschlossen sind und unter 18 Jahre alt sind, stellt. Dort kam London regelmäßig bis ins Finale und gewann diese auch 1959-60 gegen Birmingham und 1982-83 gegen Clos Chestershire. Nicht am FA County Youth Cup oder UEFA Regionepokal hat die zwischen 1955 bis 1958 kurzliebige London Elf teilgenommen. Die London Elf war eine Stadtauswahl, bestehend aus den besten Spielern der Stadt. Diese Auswahl hat hauptsächlich am Vereinsfußball teilgenommen und war auch mal international unterwegs. Bei Mese Städte-Pokal 1955 bis 1958 kamen die London Elf bis ins Finale, schaltete dort jedoch an dem FC Barcelona 2 zu 2 und 6 zu 0. Deutlich erfolgreicher als die Auswahlmannschaften sind die Vereinsmannschaften aus London. Vor der Gründung der heute uns bekannten Premier League gewann von 1889 bis 1992 drei verschiedene Vereine aus London die englische Fußballmeisterschaft. Darunter waren einmal der FC Chelsea, zweimal Tottenham Hotspur und zehnmal der FC Arsenal. Nach Gründung der Premier League 1992 wurden nur zwei Vereine aus London englischer Meister, dreimal der FC Arsenal und fünfmal der FC Chelsea. An der Premier League einmal teilgenommen haben insgesamt zwölf Vereine aus London, wovon über die Hälfte immer noch in der ersten Liga spielt. Den englischen FA Cup holten sich insgesamt sieben verschiedene Vereine aus London, einmal der AFC Wimbledon, einmal Charlton Athletic, zweimal West Ham United, fünfmal der FC Wanderers, achtmal Tottenham, achtmal der FC Chelsea und vierzehnmal der FC Arsenal. Auch vierzehnmal gewannen die Gunners den englischen FA Cup der Frauen. Weitere Londoner Vereine, die den FA Cup der Frauen gewinnen konnten, waren einmal der AFC Wimbledon und die Green Park Rangers, zweimal die Millwall Lionesses, dreimal Charlton Athletic und viermal der FC Chelsea. Die englische Meisterschaft der Frauen gewann nur zwei Vereine aus London, dreimal der FC Arsenal und fünfmal der FC Chelsea. Die Champs-League der Frauen ging nur einmal nach London und zwar 2007 zu Arsenal. An internationalen Wettbewerben haben schon mehrere Männer-Vereinsmannschaften aus London teilgenommen und einige sogar mit Erfolg. Die UEFA Europa League bzw. der UEFA Cup ging schon zu drei verschiedene Londoner Vereine, zweimal zum FC Chelsea, zweimal zu Tottenham Hotspur und einmal zum FC Arsenal. 2010 hätte noch der FC Fulham dazu kommen können, die schalten jedoch im Europa League Finale gegen Atletico Madrid mit 2 zu 1. Da Europapokal der Pokalsieger der Zeit 1999 nicht mehr existiert, wurde zweimal von Chelsea, einmal von West Ham und einmal von Tottenham gewonnen. Auch nicht mehr existieren tut der UEFA Intertoto Cup, der einmal von Fulham und einmal von West Ham United nach London geholt wurde. UEFA Schemze konnte bisher nur einen Londoner Verein gewinnen und das war der FC Chelsea 2012 und 2021. Zusätzlich schnappte sich der Klub 2022 als erster Londoner Verein jemals die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. In London geborene Ballon d'Or Sieger oder Weltfußballer gab es bisher noch nicht, was nicht heißt, dass aus London keine Fußballlegenden kommen. So die bekanntesten und besten Fußballspiele aus London wären David Beckham, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry, Bobby Moore, Frank Lampard, Sol Campbell und Jimmy Greaves. Auch der Weltmeister-Trainer von 1966, Alf Ramsey, wurde in London geboren sowie 30% des Weltmeister-Kaders Englands. An den Olympischen Sommer- und Winterspielen hat London aufgrund fehlender Unabhängigkeit vom Mutterland noch nie als Team teilgenommen. Auch wenn London mein Szenario FIFA und UEFA Mitglied ist, ist es wie auch die vier anderen britischen Landesteile nicht möglich, dem IOC beizutreten. Sportler und Sportlerinnen aus London müssen, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen, unter der Flagge des Vereinigten Königreichs antreten. Würde man aber nur die von Londoner Sportlern und Sportlerinnen geholten Medaillen der letzten 10 Jahre zählen, dann hätte man 9 mal Bronze, 16 mal Silber und 10 mal Gold. Die erfolgreichsten Sportarten waren da bei der Radsport und der Pferdesport. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die wichtige Frage, wie gut wäre eine London Liga und wie sähe sie aus? Nach Marktwert ausgewählt, kommen von insgesamt 10 Startplätze, 7 Erstligisten, 2 Zweitligisten und ein Drittligist in die höchste Spielklasse Londons. Da die Plätze in der Liga begrenzt sind, kommen Klubs wie der AFC Wimbledon, Sutton United, Burnett FC, Leighton Orient und der FC Bromley nicht in die höchste Londoner Spielklasse. Auch nicht in die 1. Liga kommt der AFC Watford, der aufgrund seiner geografischen Nähe zur Stadt oftmals fälschlicherweise als Londoner Klub angesehen wird. Neben der 1. Londoner Männerfußballliga könnte man noch eine Liga für die Frauenmannschaften eröffnen. In dieser Liga mit insgesamt 8 Teams haben die Londoner Frauen einen Gesamtmarktwert von 7,8 Millionen Euro. Damit wäre die Londoner Frauenliga vom Gesamtmarktwert her die 6 größte Liga weltweit. Kommen wir vom Frauenfußball wieder zurück zum Männerfußball und schauen uns mal die Liga an. Die Liga besteht hauptsächlich aus bekannten Premierligisten, aber auch die Vereine aus der 2. Liga wie der FC Millwall oder die Green Park Rangers sollte man noch kennen. Der Meisterschaftskampf denke ich wird zwischen dem FC Chelsea, FC Arsenal und den Spurs sein, während West Ham auch mal für Furore sorgen könnte. Um die letzten internationalen Plätze werden sich der FC Brentford oder Crystal Palace streiten. So im soliden Mittelfeld wird der FC Fulham sein und alles ab Green Park Rangers wird ein Kampf um den Klassenerhalt sein, obwohl es für Schalten am schlechtesten aussieht. Rechnen wir die Marktwerte zusammen, erhalten wir einen Gesamtmarktwert von insgesamt 3,67 Milliarden Euro und geteilt durch 10 Mannschaften erhalten wir einen durchschnittlichen Marktwert von 367 Millionen Euro und wäre im europäischen Vergleich auf Platz 1 vor der Premier League, die durch den Verlust von Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham und Co. von Platz 1 auf Platz 2 gefallen sind. Würde die Londoner 1. Liga schon seit 1992 geben, dann wären, basierend auf die Bestplatzierung in der Premier League, folgende Mannschaften Meister in London geworden. Von der Nicht-Existenz Londoner Clubs in der Premier League würden hauptsächlich die zwei Manchester Clubs profitieren. Kommen wir jetzt von der Nationalen Liga Londons zu dessen Fußballnationalmannschaft. Sagen wir, wir dürfen zum nächsten Länderspieler einen 23-Mann-Kader nominieren und ausgewählt werden nur Profispieler, die in London geboren sind. Eventuelle Trainer aus London, die man nehmen könnte, wären Frank Lampard, Gary O'Neill, Scott Parker oder Tony Adams. Die Aufstellung, die wir für die Nationalmannschaft hier verwenden, ist die 3-4-1-2-Formation. Im Tor haben wir den 25-jährigen Freddie Woodman von Preston North End. In der Abwehr haben wir als einzigen Innenverteidiger Esri Konsau von Aston Villa. Links haben wir Joe Gomez von FC Liverpool und als unseren Rechtsverteidiger haben wir Grease James von Chelsea. Im Mittelfeld haben wir als defensiven Part Declan Rice von West Ham United und Ruben Luftuscheck vom FC Chelsea. Deutlich offensiver ist der 22-jährige Emil Smith-Rowe von den Gunners. Außen linkes Mittelfeld ist Jadon Sancho, Manchester United und auf der anderen Seite ist Arsenal-Star Bukayo Saka. Vorne im Sturm haben wir eine Doppelspitze, wir stehen aus Harry Kane von den Spurs und Tammy Abraham von der Roma. Von der Startaufstellung kommen wir zur Reservebank. Dort bleibt es auf der Torwartposition weiterhin dünn. Hier haben wir Josef Busik und Marcos Bettinelli als mögliche Alternative im Tor. Weitere Feldspieler wären Valentino Lafrumento, Kyle Walker-Pieters, Max Killman, Rhys Oxford, Josh Da Silva, Calum Hudson-Odoi, Marcus Edwards, Harvey Illiot, Arbechi Esier und Eddie Nkita. Da der Platz in der Nationalmannschaft begrenzt ist, müssen Spieler wie Luke Shaw, Ryan Sessignon, Ademola Lukman, Aaron Wan-Bissaka, Jamie Bayou-Giddens und Rhys Nelson zu Hause bleiben. Die Nationalmannschaft von London hat einen Gesamtmarktwert von 852 Millionen Euro. Der durchschnittliche Marktwert liegt bei etwa 35,5 Millionen Euro und wäre im weltweiten Vergleich auf Platz 5 und im europäischen auf Platz 4. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Könnte London alleine eine Welt- oder Europameisterschaft organisieren und auch ausrichten? Die Antwort wäre hier ein vorsichtiges Nein. Um eine Fußball-Europameisterschaft ausrichten zu können, braucht der Londoner Fußballverband insgesamt 10 Fußballstadien, von denen eines über 60.000, eines über 50.000, vier über 40.000 und drei über 30.000 Sitzplätze verfügen müssen. Mit dem Wembley Stadium, Twinkenham Stadium, Tottenham Stadium, London Stadium und dem Emirates Stadium hat man gleich 5 Stadien mit einer Kapazität über 60.000 Sitzplätze, aber das war's. Dahinter kommt die Stamford Bridge mit 41,8.000 Plätze und danach kommen nur noch Stadien mit einer Kapazität von unter 30.000. Diese müsste man noch erweitern, um eine Chance auf eine EM-Gastgeberrolle zu haben. Als Ausrichter der Olympischen Sommerspiele 2012, der Fußball-Europameisterschaft 2021 und dem Beherbergen von insgesamt sieben Premierligisten, wird das Organisieren von großen Fanmassen in einer Stadt kein Problem sein. Sonst hat London als Heimat des Fußballs eine große Fankultur, die bestimmt für Stürmung in den Stadien sorgen wird. Sollte man das Problem mit den Stadien hinbekommen, dann wäre eine alleinige Ausrichtung einer Fußball-Europameisterschaft nicht unrealistisch. Aber aktuell bleibt es noch bei einem vorsichtigen Nein. Meine Einschätzung und Bewertung zum Londoner Fußball. Die Nationale Liga hat meiner Meinung nach die Klasse, eine der Besten der Welt zu werden. In der Liga gibt es überwiegend nur starke Mannschaften, die attraktive Topstars sein werden. Dazu hat man keine Übermannschaft in der Liga, was jede Saison für einen interessanten und spannenden Meisterschaftskampf sorgen wird. London bekommt von mir in der Kategorie Nationale Liga 9 von 10 möglichen Punkten. Im internationalen Fußball schätzt sich London sehr gut ein. Arsenal, Tottenham und Chelsea sind sowieso regelmäßig in Europa unterwegs und sind gar nicht mal so unerfolgreich. Hinter den dreien kommt Western United, wo es aktuell in der UEFA Conference League gar nicht mal so schlecht aussieht. Auch hinter den Hammers kommen zwei, drei Vereine, die international keine schlechte Figur abgeben würden, wenn sie daran teilnehmen. Ich gebe London in der Kategorie Nationales Geschäft 9 von 10 möglichen Punkten. Die Nationalmannschaft von London ist, bis auf die Torwartposition, überall mit guten Spielern besetzt. Auch auf der Bank sieht es in Ordnung aus und ich denke, mit diesem Kader würde sich London für jedes Turnier safe qualifizieren. Bei Europameisterschaften stehe ich Londoners kommen bis ins Halbfinale zu und bei Weltmeisterschaften das kommen bis ins Viertelfinale. In der UEFA Nations League sehe ich sie klar in die oberste Liga. London gebe ich in der Kategorie Fußball Nationalmannschaft 8 von 10 möglichen Punkten. Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Da ich das schon vor ein paar Minuten ausführlich erläutert habe, überspringe ich den Teil und gebe London in der Kategorie Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren 8 von 10 möglichen Punkten. Das ergibt eine Gesamtwertung von 34 von 40 möglichen Punkten und wäre in meinem Gedankenexperimenten-Ranking die neue Nummer 1. Jetzt seid ihr gefragt. Wie stark würdet ihr den Londoner Fußball einschätzen? Schreibt eure Bewertung gerne in die Kommentare. Auch könnt ihr weitere Vorschläge für das nächste Gedankenexperiment einbringen und vielleicht seid ihr es, die hier stehen. Wenn ihr wissen wollt, was die komischsten Vereinsnamen von echten Clubs sind oder die anderen Gedankenexperimente sehen wollt, dann klickt hier in der Endcard. Abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.